Wir sind die Q-Data-Service, ein Systemintegrator im Bereich Smart Home bzw. Intelligenten Gebäudetechnik. Und wir stellen hier zusammen mit unseren Partnern, Firma Gira, Brumberg, Siedle und Crestron, interessante, spannende Produkte im Bereich der Intelligenten Gebäudetechnik vor. Wir kennen eben halt intelligente Komponenten, die wir im Haushalt eben auch benutzen, wie zum Beispiel eine Stereoanlage, die auch gleichzeitig vielleicht auch das Licht entsteuern kann und ähnliche Dinge. Und wir bringen dort ganzheitliche Lösungen, eben halt auch die zum Beispiel das Thema Komfort und Sicherheit und auch altengerechtes Wohnen zum Beispiel auch mit solchen Systemen kombinieren können. Wir erhoffen uns natürlich viele spannende Gespräche, Kunden, die eben halt Interesse haben, sich so ein System eben einzubauen und natürlich last but not least eben halt auch als Unternehmen im Hamburger Markt uns hier auch entsprechend zu präsentieren. Wir freuen uns eben halt auch jetzt, dass es irgendwann entsprechend weitergeht und die Home-Quadrat auch mehr Beachtung findet im Norden.